Hallo liebe Freunde und ein herzliches Willkommen zu Let's Play Star Wars Battlefront. Endlich ist es soweit, der neueste Teil der Battlefront Serie ist da und es macht natürlich richtig Spaß. Wir zocken hier allerdings noch die Beta, deswegen ist noch nicht alles freigeschaltet, aber wir wollten euch natürlich nicht warten lassen, nur direkt mal loslegen und dabei sind der Currywurst. Hallo, hallo, hallo. Der ja schon viel Spielerfahrung gesammelt hat, ne? Ja, ein bisschen. Du hast ja schon einiges vorgezockt, für uns ist das jetzt eigentlich das erste Mal, deswegen ganz schnell mal angesagt, erwartet nicht viel, keine gute KD. Auch wenn ich jetzt gerade natürlich bei der Nicht-Aufnahme super, super Runde hingelegt habe, wird es jetzt wahrscheinlich genau floppen. Ja, und dabei ist natürlich auch noch der Tobi. Ja, ja, Tui, Tui, du du benimmst, ja? Okay. Schon voll im Star Wars-Fieber sitzt da mit seinem dicken Lichtschwert und einem dicken, ah ne, das war was anderes. Fleischschwert, jo. Der Benni ist halt natürlich auch am Start, ein bisschen verschnupft, der kleine Benjamin. Piu, 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 genau. Ich bin auch in der Hallöchen. Ja, und wir legen los mit Walker Assault, das ist so ein bisschen wie, also Battlefield kennt ihr alle, Battlefront kennt auch die meisten, eins und zwei waren ja richtige Hits und ich freue mich riesig, dass jetzt hier wieder ein neuer Teil da im Start ist. Ja, und das erste Level wäre dann Walker Assault, was freigeschaltet ist. 40 Spieler können da rum haben sind und ich klicke direkt mal drauf, Lungs, join schnell. Ich bin gejoint, ich bin bei dir. Benni, Tobi, okay. Sehr mäßig. Ja, das ist doch Tobi. Jo, ja. Wir sind bei den Rebellen diesmal, es gefällt mir nicht ganz so gut. Ich mag hier die imperialen Truppen lieber. Wie sieht es denn bei euch, natürlich auch euch? Ähm, also ich bin eher bei den Rebellen, muss ich sagen. Ich bin auch immer so ein Imperialer. Die haben keine Raumschiffe, Alter. Die haben keine Raumschiffe, Mann. Die dunkle Seite. Der X-Wing ist ganz geil, aber so an sich so imperialisch. Ja, die sehen halt auch viel cooler aus, muss man einfach sagen. So, ich würde sagen, ich habe meinen Blaster gewählt. Ich kann auch nicht viel wählen, weil ich nur nicht wirklich fast freigespielt habe. Wie gesagt, wartet jetzt nicht zu viel. Das ist hier der Anfang. Das hier können wir überspringen. Wir spielen auf dem Eisplaneten Hot und legen direkt los. Das wird eine hotte Runde, ne? Ich habe längst die Hoffnung verloren, ey. So. Ich lege meine ganze Hoffnung in dich. Oh Gott, Hoffnung? Partnerstart, ey, Hoffnung. Da muss man schon ehrlich aufpassen, da hinten rennen nämlich die 8080s rum. Da wird schon fett geschossen. Also ein bisschen zu ruhig halten ist vielleicht ratsam. Bist du bei mir, Currywürstel? Ich bin am Start hier. Ich unterstütze dich. Und die Grafik ist so. Und es läuft ultraflüssig auch, muss ich sagen. Ja, es läuft super. Das ist der Hammer, ey. Also für eine Beta-Fall. Nein, ich habe... Nein, oben! Okay, fliegt weiter. Alter, ich bin... Hi, gott-o, gott-o. Konnichiwa. Cycler-Rifle, Alter. Star! Okay, ich bin direkt hinter dir. Achtung. Alles klar, los geht's. Pass auf, die Laser fliegen uns um die Ohren. Darf man wieder mitspielen? Alter! Darf Leder. Schon wieder tot. Oh mein Gott, boah. Du musst ein bisschen in Deckung gehen. Ja, merke ich. Warte, ich gebe mal in Deckung hier und dann... Bück dich. Alter, Alter, Alter. Ach du Scheiße. Oh, bitte. Und vom Tilefighter weggeholt. Okay, ich glaube, wir müssen uns da ein bisschen raushalten gerade, glaube ich. Ja, ich glaube auch. Alter, ich lasse mal ein bisschen zurückrennen hier gerade. Nur damit wir mal reinkommen auch. Hilfe, Hilfe. Ich immer schieße auf mich. Diese Satellitenschüssel, das geht. Boah, das ist reale Schweine. Also wir haben jetzt die Aufgabe, die Schilder von den AT-ATs runterzunehmen. Also so wie sie jetzt gerade waren. Weil sonst kann man sie nicht unter Beschuss nehmen. Leider. Alter, hier haue ich hier eine 6-1er hin. Ich habe aber irgendwie das dumpfe Gefühl, dass das Imperium mir leichter hat, oder? Alter! Alter! Ich kriege nichts auf die Kette. Boah. Das ist einfach was. Die überrennen uns gerade wie sonst was. Ja, das ist wahrscheinlich... Gibt es hier auch ein Messer oder so? Nahkampf. Also Nahkampfattacke? Nahkampf. Habe ich ehrlich gesagt noch nie getestet, ey. Hö! Also einer von uns, ja. Boah, ein Karif. Ja, ja, ich scheune nochmal bei dir. Ich bin gerade wieder gestorben. Der Vader ist hier! Oh mein Gott, ich bin tot. Alter! Muss man hier eigentlich nachladen? Nee, nee. Es ist halt nur die Gefahr, dass die Waffen manchmal überhinten. Aber das ist okay, der kommt. Okay, wir warten ab, wir warten ab. Nein, das darf er, Vader! Pass auf, der wirft einmal seine Karte und dann ein bisschen Geschichte. Pass auf, pass auf, lass ihn kommen, lass ihn kommen. Lass ihn kommen. Mach den fertig, Alter! Ja, komm, aber, bringt Nachschub! Komm, das bringt mehr, 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 mehr. Wann oder was? Bi-bi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi. Alter, die sind ja richtig krass. Ohne Scheiß. Der Perium rastet aus. Ja, wie gesagt, also, er hatte das zu tun, dass, wie gesagt, das zweite Match. Das erste hätte ich mal besser aufnehmen sollen. Alter! Guck dir das mal an. DT, AT-MT Marsch, Venus. Ach, du Scheiße, ATS hier. weg von uns ja das ist kein ist keine telefon gesellschaft die im spiel sondern kennt uns diese großen walker da vorne links ist auch noch einer und die heim sind uns natürlich übelst ein hier den rebellen truppen ich bin begeistert wie wir waren also ich habe immer weggeballert sich natürlich noch voll nubig aber ich werde jetzt aber halt auch so viel den nächsten folgen noch nicht zu viel habe ich werde auf jeden fall ein bisschen spielen von oben von oben oben auf den felsen so viel detail hat auch eine halbe halt auch schon krass einfach weggestorben ich habe die tage probiert die ganze st oder wie die dinge heißen die kleine weiter man wird ja auch einfach voll reingeworfen direkt das ist so krass aber gerade endlich platt machen müssen zwar eben vom schussel lohnt es nee nee wo bist du davon alles klar achte scheiße ballern hier wieder rein brauchst du gar nicht hinlaufen da zum ausgang riffelchips alter ja das ist aber riesen geräte alter 80 80 vergesse es da kann ich nicht mit anlegen dazu bin ich zu kacke hey man kommt hier nicht raus nee das ist dass jeder ausgang wird einfach zugebombt ja ich bin vorletzter und benni vorvorletzter egal tobi auch mit einer mega statistik grad war ich voll gut weißt du okay alles um bei benni nicht nachschäumen kommt okay alter da sind sie bin ich habe jemand hat schon sogar jetzt läuft ein schuss von dem fetten vier und das war es aber wenigstens was denn ich bin halt morgen schotter man ja die kommen hier rein seid ihr das ich glaube wir haben leider nicht viel möglichkeit ich bin tot der scheiß äthi endlich weg aber auch echt schlecht und er kommt jetzt von hinten ok er ist tot ich hab dich gerecht ja danke immerhin was ich schon mal echt nice für das ist kein battlefield klone ist es spielt sich auf jeden fall anders das stimmt ja vor allem will man die ganze seite nachladen aber es ist ja genau das ist das ist das kasse ich habe ich habe ihn ich habe ihn wo bist du was ist das wo ich brauche noch viel übung ja natürlich ist es jetzt ihr kennt die karte nicht und alles wie kann man denn die waffe wechseln keine andere waffe doch ich habe so ich habe so ein rocket launcher hat ja auch schon das ist dann vier das ist dann einer von solchen power ups gewesen ja ja genau ich habe ihn ja ja ich bin tot ok ich sage gerade mal hier dann kannst du spawnen die ballern schon hier rein mein penis gefunden da kommt da granate durch die wand ich habe jemanden auf den schiefer denn jetzt gerade toby kann man den da nicht ich meine die 80s ich weiß wie die heißen die überrennen und ich glaube wir sind auch mitten in so ein spiel reingestartet ne ja ja klar das wird doch das ding ist wir haben ja diese zwei stationen immer und die müssen wir aktivieren damit wir die schilder von den dingern runternehmen können damit wir die unter feuer nehmen können weil so bringt das gar nichts auf die zu ballern ach komm rein let's die alter let's die hol den weg ok ist tot ah granate wie viele verschiedene spawnpunkte es hier auch gibt ne ich bin ständig woanders lächerlich curry du kannst mal wieder starten neue runde ich bin am fahrrad ab in die tunnel hier in die in die äh genau wir machen das probieren jetzt mal das ding zu aktivieren scheiß auf kills und gegen kills wir machen jetzt mal warum es eigentlich geht ja das finde ich ja sowieso immer geil die leute die immer auf kills spielen das ist immer halt's maul ich bin ja immer jeepro ich bin ja eigentlich der beste program in der welt deswegen ist das eine schwache ab in den tunnel boah plasma einmal ein bisschen bücken würde ich sagen wenn ich schon voll genervt ah der schon wieder komm das ding schaffen wir das schaffen wir ich renne nein stopp super übers feld stopp super wow wow reaktiviere ich den scheiß bam ich hab meinen penis gefunden ich hab dich gerecht ich hab dich gerecht bruder immerhin komm wieder weiter rein Alter ich spore noch bin tot ja ich hab ihn aber noch bitte bleibt am leben damit ich noch spawnen kann ja mit der mittleren maustaste kann man das ding ist aktiviert ok jetzt müssen wir uns einfach verteidigen wahnsinn ich bin tot er ist einfach nur massensterben hier das ist ein alter wenzel bei euch einfach auch oder ihr habt doch einfach keine schritte ich bin gespawnt und bin dann wieder tot was ist denn ja so ging es mir gerade auch ja da kommt ein AT-AT gerade das Ding ist die meisten sitzen halt da oben auf dem felsen und ballern da ja die ganze Zeit mit ihrer sniper rum ey ich muss irgendwie die x-wings machen mir tie fighters machen wir grad zu schaffen ok gebückt ich bin hinter dir ey komm 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 wir pushen uns weiter ran was ok warte 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 vorne vorne strom trupper strom trupper der trupper sehe nicht da nein nimm das ding auf dann kannst du Luke spielen warte nehmt bitte das ding auf oh god ich werd dir grad zerkackt ich helf dir ich helf dir was das kann doch nicht sein dass der nicht stirbt ich verkackt ok granate nein ich hab ihn ja headshot bonus lass mich bitte den hero pick up noch haben bitte ich will immer nachladen ist einfach der wahre ich hab ihn natürlich nicht mehr scheiße das geile war ich hatte grad diesen power up für Luke aufgesammelt das wäre das erste mal gewesen und ich wurde getötet komm zurück ach du scheiße alter das gibts doch gar nicht ey ich baller meine granate da raus schön gebückt bleiben oh 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 ich kriege einen ab ich kriege einen ab komm zurück komm zurück der kann sich von hier nicht treffen ich bin noch hier ok warte er schieß gerade nicht ich lass eben auf ich sitz hinter dir ich bin direkt hinter dir ich seh das Plasmagranate Kollege nicht nach vorne ok ich pirsche mich langsam ran der ist in dem scheiß Tower der ist in dem scheiß Tower ok das können wir knicken boah pass auf der ist in dem Tower ich werd getroffen Alter wir müssen zurück wir müssen zurück wir müssen zurück aber schön gebückt bleiben sonst sehen die dich gute Idee ja ich hab einen kill gemacht Alter hier von rechts boah kommen die alle her wir sind bei dem im rücken jetzt warte bücken 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 du bist tot ich lebe noch warte warte ich bleib oh Alter ich weiß gar nicht mehr was ich dazu sagen soll ich sterbe einfach nur ich sterbe einfach nur ja gut die also die erste runde sollte man natürlich jetzt nicht allzu ernst nehmen bitte ja also auf keinen fall wir werden eh wieder hate gegen mit deinen solche noobs mit deinen solche gottverdammten noobs aber wir waren nah dran wir hätten fast gewonnen oh ist vorbei jetzt aber es macht mega Spaß boah der Tobi und der Curry sind tatsächlich nur vor mir geil 21 Alter ich bin 21 mal verreckt Alter Alter was ist das denn? Alter ey oh man oh man Alter lachst du mich grad aus oder was? ich lache uns aus weil wir 3 wenn die 3 22 oder 4 und ich 3 18 also alle irgendwie richtig low außer der Curry bei dem wie viel war er denn das jetzt so? ich hab keine ahnung ich weiß ich hab jetzt gar nicht nachgeschaut er hat auch 15 Death gehabt war auch 15 mal war auch scheiße Kevin die Aufnahme eben ihr seid ja Zeugen eigentlich hatte ich eine richtig gute KD ja ich hab's nicht gesehen aber die anderen schon wir haben's zumindest gehört ja der Tobi ist der einzige mit dem ich da glaube ich gespielt hab in dem Moment der Tobi ist der einzige der das beweisen kann bist du dir da sicher dass ich da oh nichts runter Imperium jetzt hör mal auf wir sind beim Imperium kann ich dich noch erinnern oh yeah ich nehm ja ich nehm ja ich nehm ja dann kommt mal klar ey was war das denn also oh yeah oh yeah was ah Tja mit Retonator kann ich jetzt kaufen oder was unlock ja geil ja geil die wollte ich immer haben mit G werfe ich die oder was ne mit 4 Benny haut raus ey mit 4 wer wirft der mit 4 oder hast du grad diese Karte freigeschaltet ja die Karte man ja dann hast du die auf 1 glaube ich kann ich dem jetzt ne Karte ins Gesicht werfen naja Benny der haut dir einen raus ey das ist ja der warte mit 4 Kaffee ok jetzt wollen wir aber ein bisschen mehr hier ne welche Waffe spielt ihr schon wieder? der Tobi spielt schon weiter ja es geht ja es geht ja schon los hier klar achso geht ja schon los Benny ey was kommt mit dir ne komm ich bleib bei dem Blaster komm Dinge deaktivieren jetzt müssen wir nämlich die Dinger deaktivieren Leute deaktivieren oh Penis Alter ich will mitmachen Nein ich Alter ich bin da Alter ich bin da Alter ich bin da Feuerwehrmann wie bitte? du bist nicht das hier jetzt pass auf wie ich jetzt da Feuerwehrmann Alter zeig mal das wo bist du? ich spawne jetzt man DARF ist unterwegs Alter 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 oh nein Luke hat mich gerade rumgeknasht oh ja wo bist du? mein Sohn ich bin dein Vater okay ich komme mit dir Vater wo seid ihr Mann? ich werde euch alle umbringen guck mal ich kann warte wo bist du denn? hier Pro Gamerskates auf einem neuen Level hey du bist aber nicht bei mir ach du hast mich gar nicht gesehen guck mal hinter mir Alter genau ich muss dich einmal anschauen und zeigen Hallo Sohn guck mal hier hey bleib mal stehen gerade oh sie sieht aus aus der Darcy der Darcy ich kann sogar guck mal hier ich kann sogar Frisbee werfen alles klar dann wollen wir mal aufräumen und du kannst den jetzt spielen weil du so ein Power abgefunden hast ja ja genau das spawnt halt so random auf der Karte und die kann man halt aufsammeln Curry was hast du denn? lass mal den dunklen Lord in Ruhe weißt du das? so weit kommt es dann? also ich habe einen Würgegriff dann habe ich einmal so einen Angriff vom Laserschwert so ein Tackle weiß ich nicht was das ist und dann kann ich einmal noch mein Laserschwert werfen ich weiß jetzt nicht wie das mit der Kraft aber ich höre es ich werde kommen und euch alle niederreißen tödödödödödödödödödödödöd ich stürme buooa buooa ich fliege wie Scheiße weißt du wie flotter Schiss weißt du wie flotter Schiss bei Darth Vader heißt? Warte guck mal hinter dir Warte guck mal hinter dir guck mal jetzt Joooo oh nochmal wo bist du denn dann? Da vorne Curry! Curry, Curry, Curry! Ja Tobi, ich freu mich! Curry! Curry, Curry! Okay, jetzt wollen wir mal angreifen, komm! Du bist ja schon fast tot! Alter stimmt! Ach das ist die Zeit, genau, das ist die Zeit, die abläuft! Okay, voraus Freunde, voraus! Ja, nutzen die das, das ist total gut hier! Boah! Von rechts, rechts, rechte Seite! Wo seid ihr? Wo bist du? Ah, der hat mich erwischt! Ich muss jetzt mal ein bisschen klarkommen hier! Komm mal gleich! Ich starte direkt beim Darcy! BAM! Ja, Nummer 1 ist tot! Ich komme! Oh, Waller hat voll den Rock an, ey! Das Ding ist, ich sehe keine Gegner, das ist das Traurige! I'm so fancy! BAM! Alter! Ich habe den mit dem Laserschwert abgeworfen, das ist ja der Wahnsinn! Da ist einer! Da ist einer direkt vor mir! Die spawnen hier alle vor der Nase! Heiliges Kanonenrohr, ey! Ah! Ich bin tot! Scheiße, Mann! Alter! Man hat halt so eine Zeit und wenn man halt Gegner tötet, glaube ich, lädt die sich halt wieder auf! Cool, jetzt gibt's hier so einen Teif, Walter! Du kannst doch bei mir spawnen, ne? Genau! Habe ich das gerade gemacht? Warte, ich nehme auch einen auf Waller, dann können wir zu lang fliegen! Wie kann ich das jetzt machen? Mit 4! Mit 4? Einfach 4 drücken! Geil! Okay, Walle ist unterwegs! Mit C kannst du die Sicht ändern, ne? Ich bin kein Teif, Walter! Ich bin wieder ein normaler Soldat! Ich hab was gefunden! Hey, hast du das Ding jetzt nicht aufgesammelt? Doch, hab ich eigentlich! Ich hab doch 4 gedrückt! Der wollte es jetzt nicht so hingehofft, aber es hat nichts gemacht! Oh nein! Du hattest... Hä? Okay! Vielleicht Zeit abgelaufen oder so? Ja, das kann... Ja, genau! Wenn du die Dinger aufsammelst, dann ist es nach 10 Sekunden weg, ne? Yeah! Ich hab Vehicle Turret, Alter! Okay, Jungs! Wir müssen mal vorstoßen hier! Lass mal ein bisschen Action machen! Rechts aufm... aufm... Alter! Aufm Felsen hier! Zack! Nächste Runde! Ja, Mann! Weiter, weiter, weiter! Von hinten, von hinten! Ach shit! Du bist doch scheiße! Boah, hat der ne krasse Waffe! Nein! Ab in den Truck Schild! Es gibt's doch nichts! Höh! Nein! Ich hab da voll auf die geballert und hab die nicht erledigt! Ich hab immer noch null Kills, das gibt's ja nicht! Aber voll die Assists hier! Oh, Benni oder was? Oh nein! Oh! Cool! Ich sitze jetzt in so einer Sattelittenschüssel, die schießen kann! Das kann meine nicht übrigens zu Hause! Ah, ich würde da aber nicht drin sitzen bleiben! Das ist ein leichtes Ziel! Meinen schon! Ja, du kannst ja auch mit Karten werfen, Alter! Ich hab die Alua Wakba Edition! Okay, ich bin im TIE Fighter! Soll ich jetzt mal voll episch an dir vorbei fliegen, Mann? Mann, ich sitze hier voll geil! Ey! Guck mal hier, Walle! Ja! Ja, was geht! Baa 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 baa! Oh bist du, du fettes TEI! Wo ist das hin? Aua! Wo ist das hin? Oh, Looping! Oh, Looping! Wo ist das Ding? Ach, das Ding ist down, alles klar! Okay, wir haben jetzt die Luft Aber die anderen sind trotzdem besser Wenn ich das richtig sehe Ja, aber noch sind unsere Dinge am Leben Und haben nicht viel abgezogen bekommen Ich flieg mal einmal durch die Karte hier Hier hinten bin ich okay Man muss natürlich auch erstmal die ganzen Karten Und all sowas kennenlernen Warte, Warte, ich sag dir mal Hallo, pass auf Bin hier hinten Ja, ich seh dich, ich seh dich Ich flieg jetzt alle hier vorbei Boah, geil, Alter Okay, jetzt holen wir uns hin Einmal Lupe, bitte Okay, was machen wir hier? Machen wir den hier? Ja, fast Ah, scheiße, das dauert zu lange Läuft aber gut, oder? Ja, gerade bei mir nicht so Ja, gut Ihr müsst euch reinfinden, Leute Kein Stress, kein Stress Nee, das ist teammäßig auch nicht so gut am Laufen Guck dir das mal an Ja, gut Nee, die Rebellen sind am Führen im Moment Nee, Führen ist ja nicht Das ist ja sowas für ein Rush Es geht ja nicht um die Punkte Die müssen ja nur die Dinger runterkriegen von uns Es geht ja ums Es geht ja nicht um Kills oder ich weiß Sondern um Ich warte mal gerade hier Also wir müssen verhindern Der Turm läuft wieder Wir müssen verhindern, dass die die Stationen aktivieren Also wenn die die aktivieren Dann müssen wir gucken, dass wir die EMW deaktiviert bekommen Dass wir so rot sind Warte, komm mit, komm mit Wir nehmen uns hier in den Seitentunnel Wir schleichen uns jetzt ran Vorsicht, rechte Seite, immer noch im Auge Ja, ja, wir können jetzt hier einfach rein Pass auf Lass mir ran, da, denn sie will ja Raketenlauncher, Mann Alter, was du schon alles hast, Alter Den habe ich gerade aufgesammelt Den kann man sich auch nicht freischalten Das sind einfach nur Power-Ups Okay, pass auf Jetzt müssen wir safen, ne? Aufpassen Wir sind im feindlichen Gebiet Yo Was? Erstmal jemand in die Tür Lauf gebückt, lauf gebückt Okay, runter Und wo war das? Puh, was war das denn da auf uns? Gegenüber, die sind ganz gegenüber Nein, ich hatte fast das Ding da Okay, jetzt können wir stürmen Oh, ich hänge am X-Wing fest Sturm der Liebe Ich deaktiviere das Teil, ich deaktiviere das Teil Zack Okay, ist deaktiviert, aber hinten war noch jemand Ah, der ist tot, nice Okay, jetzt müssen wir nur gucken, dass die Leute das nicht wieder deaktivieren Ja gut, dann lass uns woanders hingehen Die werden wahrscheinlich jetzt von rechts hier überkommen Okay, ich nehme die linke Seite Alles klar Danke, wenn ich tot bin, wird nicht lange dauern Ich sichere ein bisschen die hinteren Tunnel ab hier Oh, einer ist von uns gestorben Warte, ich gucke mal hier links Das ist immer ganz cool zu sehen, aber überhaupt Oh, da kommen sie Okay, von wo? Von welcher Seite? Der ist erledigt Das ist noch einer? Von einer anderen Seite kommen auch die, glaube ich Oh Mann, immer diese Granaten Alter, was die teilweise aushalten Oh, die sind da hinten Granate Nein Von wo, von wo? Ich habe ihn getötet, aber zum Glück Okay, einer ist tot Oh, jetzt lege ich los, Alter Jetzt geht es Oh, fuck, fuck, ich bin unter Beschuss Bin ich gerade in Sicherheit, damit du bei mir spawnen kannst Oh, Alter, ich bin im ATS-Team Oh, Tobi, räum auf Nein, ich komme hier nicht raus Ach, fuck Ich frage mich manchmal, wie die Leute das machen Die laufen immer hin und her, wenn man beschossen wird Ja, manchmal kriegen die das echt gut hin mit dem Straving Ja, ja, ja Das habe ich halt wirklich alles noch nicht drauf Aber wartet mal ab, das ist der Weg zum Pro-Gamer Oh, wie geil das ist, wenn man hier einfach unter dem Arti-Arti läuft Es macht ultra Spaß Also auch, wie gesagt, nimmt das Gameplay bloß noch nicht zu ernst Das ist einfach hier mal Wir müssen halt auch reinkommen Das ist, wie gesagt, unsere erste wirkliche Runde Ja, ich finde die Inszenierung, gerade wenn man halt Star Wars-Fan ist, mega Also, wie das halt aufgebaut ist hier Alter, ich fliege Ja, wir schatten uns down, wuuu Ich finde das so geil, weißt du, ich habe gerade eine ATS-Team gehabt Da kommt einer mit einem A-Wing Ich bin sofort tot TIEFIGHTER BITCHES Manche sind schon so krass drauf, einfach Alter TIEFIGHTER BITCHES Genau in die Granate Ach du Scheiße, jetzt geht es los Du auch, ne? Ich bin hier im TIEFIGHTER und Bitter Achso, deswegen konnte ich dir nicht starten Die hatten, die hatten vier X-Wings in der Luft Glaube ich Na Was habe ich denn hier? Die on the way Oh, okay, das war nicht so gut Das war eine kleine Atomboppe Lass uns die Leute wieder links von dem Seitentunnel hier Ja, das ist gut, dass man Okay, go, 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 go Mapcamp ist es halt auch immer die Heide-Weed, ne? Komm schon, Benni, komm schon, Benni Rauf Oh, Granate! Oh, 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 fuck Alter, der ballert hier mit seinem Rocker Rocket-Loucher rein, ist das dein Ernst? Ja, da war, das ging so schnell Aber wir waren auch wieder viel zu voreilig gerade Wir hätten da erstmal gucken müssen und so Man muss ein bisschen vorsichtiger spielen Ja, ja Wir rennen ja echt in das Wasser ständig Vorrushen ist hier nicht Aber das muss man auch alles, wie gesagt, lernen Oh nein! Okay, vorsichtig Der eine hat eh kaum ein Leben, der hier vorausläuft Oh, oh Hinten Am Ende des Gangs ist tot Ja, ich habe ihn erledigt, glaube ich Okay, wir gehen mal durch, wir gehen durch Du bist fast tot, Curry Ja, ja, jetzt lädt es sich auf Jetzt ist es wieder voll Manche haben hier auch Rüstung, kann das sein? Rüstung? Weiß ich nicht Weil manche halten extrem viel aus, habe ich das Dumpe Boah, das weiß ich nicht Ob es hier Rüstung gibt? Das Maximal-Level ist ja 5 Was man sich hier bei der Beta hochspielen kann Ja, ja Der ist auch richtig angeschlagen Ich baller mal eine Granate darüber Ja, gut, gute Idee Okay, die schießen, die schießen Nee, nee Okay, komm, wir übernehmen das Okay, jetzt sind wir auf jeden Fall hier in der Überzahl Oh, am Ende des Gangs Okay, wir stürmen voran Wir stürmen voran, zusammen, zusammen Nächste Granate Doch, die lädt doch, die lädt doch auf Irgendwie habe ich gerade gar nichts Vielleicht, weil ich dieses Thermal-Ding aufgenommen hatte Boah, jetzt sind wir eine große Truppe hier Okay, wir müssen auf jeden Fall zusammenbleiben Sieht gut aus Nein! Also wir haben die auf jeden Fall schon gut zurückgetrieben hier Komm, den TIE Fighter meine ich natürlich Ja, komm, dann zeige ich das mal Ja, Mann! Ich würde dir unbedingt mal kurz C empfehlen, wenn du C drückst Alter, wie viel lege ich? Achso, okay Drück mal C C? Alter, geil Wie mache ich denn so Zielanvisierung und so was? Äh, rechte Maustaste gedrückt halten Und dann mit links einfach schießen Okay Dann kannst du die Gegner da runter holen Das wird eh scheiße enden, aber ich probier's Du stirbst, Mann! Ja! Hör auf, nach links und rechts zu laufen, Mann, du Kackbratze Mega Sturm! Oh nein! Okay, mega Fliegst du noch? Ich fliege noch Aber hier sind doch voll viele Leute in der Luft, oder nicht? Missile incoming! Wow! Ja, du kannst natürlich auch anvisiert werden, ne? In die Target-Ding Es wäre geil, wenn ich mir auch jetzt so ein Teil holen könnte und dann mit dir zusammen, ey Wow! Alter, ich werde dir gerade gejagt von allem Fehlt natürlich der Looping Äh, F1, F2 und F3 kannst du solche, ähm, Ausweichmanöver machen Ja, geil Alla, ich bin im AT-AT, Mann! Ja, Tobi, räum' auf, Mann, du Sau! Jetzt aber, ey! Was? Hilfe, Hilfe! Wie kommt man da rein? Oh, Sniper! Fuck you! Du musst dir so ein Ding schnappen hier, da liegen manchmal solche Power-Ups rum Oh, schade! Das macht Mega-Laune Ja, ist geil! Oh, AT-AT ist Hammer, Alter! Wenn man das ein bisschen mit dem Ausweichmanöver drauf hat und so Ja, gut, wie gesagt, alles Der AT-AT läuft alleine, ne? Okay, ich bin am Start bei dir, Curry Lass uns weiterziehen Ja, wir müssen einfach nur immer noch verhindern, dass die die Dinger aktivieren Also, nur ist gut, aber okay? Ja? Aua! AT-AT läuft alleine, ne? Ja, ja! Von hinten, glaube ich Das ist nur jemand beim AT-AT gewesen Ja, 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 ja Das ist der Hammer, ja! Beim Felsen ist er Feind, oder? Da oben sind ganz viele! Oben!